Hallo Filmfreunde, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Die Drei Fragezeichen und das Erbe des Drachen. In diesem Film werden unsere Kollegen Justus Jonas, gespielt von Julius Weckhoff, den man zum Beispiel aus Cat Riesel kennt, Peter Shaw, gespielt von Nebio Vendt, den man aus Rocker verändert die Welt kennt, Bob Andrews, gespielt von Levi Brandl. Die machen ein Praktikum bei dem Vater von Peter, der Henry Shaw, gespielt von Mark Waschke, den man zum Beispiel aus der Dark-Serie kennt. Und die machen ein Filmpraktikum bei der Firma von Henry Shaw. Und sie müssen nicht in Rocky Beach bleiben, sondern das Ganze verlagert sich nach Rumänien. Und kurz bevor sie aufbrechen, beobachtet Peter einen sehr merkwürdigen Video-Call zwischen ihm und einem Angestellten von Henry. Aber davon lassen sie sich jetzt nicht beeindrucken und sie fliegen nach Rumänien. In Rumänien anbekommen hält eine Gräfin die Rede, denn es ist kein normales Schloss, wo sie drehen, sondern von Vlad, den man auch besser kennt aus den Dracula-Sagern. Und kurz bevor sie angekommen sind und eine Gräfin die Rede hält, gibt es da einen kleinen Tumult, denn eine Frau scheint völlig aufgelöst, völlig ängstlich zu sein und verlässt so schnell wie möglich das Anwesen und die Burg, das Schloss. Und Justus wittert da schon so ein bisschen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber sie lassen sich da bisher noch nicht so richtig beirren und fangen erstmal an mit ihrem Praktikum. Und während des Praktikums verdichten sich da immer mehr komische Dinge. Es passieren immer mehr komische Dinge, denn es gibt da komische Klopfgeräusche und noch so ein paar andere Merkwürdigkeiten. Und die gehen die drei ein bisschen auf den Grund und dringen da in ein paar Teilen des Schlosses vor, wo sie nichts zu suchen haben. Und das gibt auch immer mehr Ärger, dass Peter dann auch hin und her gerissen ist. Er möchte zwar auch irgendwie den Fall zwar gerne lösen und so, aber er kriegt so viel Ärger von seinem Vater und dies und das und die stehen kurz davor, auch nach Hause geschickt zu werden, dass Justus erstmal so ein bisschen mit Bob ein bisschen alleine auf weiter Flur steht. Ja, soviel zur Story. Also ich muss sagen, kommen wir zu den... Erstmal das Positive. Sie haben wirklich echt gute Schauspieler gecastet. Also die passen wirklich gut rein. Die scheinen sich wirklich auch mit den Charakteren aus der Hörspielreihe beschäftigt zu haben. Die passen da wirklich sehr gut rein. Und auch diese verschiedenen Charaktereigenschaften werden da gut herausgearbeitet. Also Peter so ein bisschen so der ängstliche, aber sportliche Typ. Bob wirklich so ein bisschen so der nerdy Typ, weil er ja auch für Recherche und Rearchiv halt verantwortlich ist. Und Justus wirklich dieser altkluge, nahezu allwissende und alles. Das passt hundertprozentig so weit zusammen. Und auch so, was man... Auch die anderen Schauspieler sind gut besetzt. Beziehungsweise die anderen Rollen sind auch wirklich gut besetzt. Und auch so das mit der Burg, die da gemacht wird. Dieses Schloss da, das macht da wirklich richtig Sinn. Die haben da wirklich auch noch so ein paar andere Charaktere, wo man schon so denkt, hä? Sind die ganz lupenrein oder haben die irgendwas zu verbergen? Also man ist da wirklich schon sehr schnell in diesem Detektivmodus drin, wo man auch schon wirklich überlegt, was könnte das sein? Sind die Leute da alle so lupenrein, wie sie da tun? Oder haben die da was zu verbergen? Und wenn ja, was und wie und immer? Und das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, sich da diesen Film anzugucken. Also das passt schon richtig gut. Und ja, was mir aber jetzt nicht gut gefällt, das ist... In der Hörspielreihe ist es ja so gewesen, dass die damals in den... Ja, ich sag jetzt mal... In der Zeit groß geworden sind, wo es kein Internet gab, wo es keine Handys gab, etc. pp. Und in dem Verlauf der Hörspielreihe sind sie halt auch erwachsener geworden. Und in der Zeit, wo es dann Internet und Handys und das alles gab, hatten die dann auch Autos und sowas gehabt, was dann darauf schließen lässt, dass sie halt ein gewisses Alter halt erreicht haben. Und dafür sind mir die Schauspielerkinder einfach ein Ticken zu jung, finde ich. Also da hätte man vielleicht ein bisschen sorgfältiger casten sollen, weil so wie sie die Rolle spielen, das ist hundertprozentig. Also da habe ich auch überhaupt nichts zu meckern. Aber da fehlt mir so ein bisschen so dieser Feinschliff. Da hätte man vielleicht doch ein bisschen konsequenter darauf achten sollen, können, müssen vielleicht sogar. Wo man dann Schauspieler castet, die dann so, ja sagen wir mal so 17, 18 Jahre alt gewesen wären. Die dann tatsächlich auch ein Auto haben und sowas alles, wo das dann alles auch so in den, ähm, ja in den Hörspielkontext halt reinpasst. Aber wie gesagt, also so wie die Jungs das gespielt haben, gerne, also ich schaue mir gerne wieder Filme an, wo die dabei sind. Und, ähm, wie gesagt, wenn die jetzt noch einen Ticken älter gewesen wären, wäre es perfekt, glaube ich, gewesen. Oder nahezu perfekt. Also da kann man nichts anderes sagen, auch was da so an, ähm, Trick-Animationen da gibt. So zum Beispiel, ähm, beim Abspann hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also man hat da wirklich schon sehr viel Liebe ins Detail reingepackt. Wo ich jetzt aber beim Abspann gerade war, was mir auch zum Beispiel nicht gefallen hat. Ich weiß nicht warum. Also normalerweise dürfte das rechtlich überhaupt kein Problem sein. Ähm, man hat weder die Titelmusik von der Hörspielreihe genommen, noch irgendwie andere Melodien, die mir jetzt so spontan in den Sinn gekommen sind. Sondern man hat da komplett andere Musik genommen, wo ich sagen muss, ach Leute, warum macht ihr das? Somit hat man dann schon sofort so ein bisschen diese Verbindung zu der Hörspielreihe. Dann nehmt doch die Musik, ihr müsst doch die Rechte doch dafür haben. Also dafür habe ich absolut jetzt kein Verständnis für. Da hätte man wirklich die Intro-Musik nehmen können. Man hätte vielleicht dann auch diese, so ein bisschen andere Musik nehmen können. Vielleicht auch für den Abspann, die Musiken von verschiedenen, ähm, Hörspiel-Episoden, die man da hat. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Daher hat man doch sofort doch diese Verbindung dazu. Dann macht es doch sofort Klick da bei vielen Leuten, die gerade die Hörspiele mögen. Also da habe ich jetzt absolut kein Verständnis für. Und ich weiß auch nicht, warum man das gemacht hat. Das ist jetzt auch nochmal so ein Minuspunkt, wo ich sage, dass wenn es einen neuen Drei-Frage-Zeichen-Film gibt, was ich mir sehr gerne wünsche, dann sollte man doch auf diese Feinheiten achten. Wie gesagt, das mit dem Alter passt nicht so ganz in den Kontext zu der Hörspiel-Reihe. Und, ähm, das mit der Musik, das ist auch so ein Ding, wo ich sagen muss, ach Leute, Leute, das muss doch nicht sein. Aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi-Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblings-Streamer und Content-Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Ja, geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi-Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, wie gesagt, also, die Schauspieler sind echt gut gewählt. Nur halt passen gerade Justus, Peter und Bob vom Alte her nicht ganz so da rein, wo sie in der Rolle sein müssten, wenn man das mit der Hörspiel-Reihe vergleicht. Ansonsten hätte ich auch wirklich noch gerne die Intro-Musik gerne in den Filmen gehabt. Ich hätte gerne noch andere Musiken in den Filmen gehabt, die man aus der Hörspiel-Reihe kennt, damit es so ein bisschen Klick macht und so. Also, da hätte man vielleicht noch ein bisschen Feinschliff machen können. Aber ansonsten bin ich mit dem Film echt sehr zufrieden. Wirklich sehr zufrieden. Also, ich habe den Film ja wirklich sehr kritisch beäugt, weil ich habe bis auf, glaube ich, die letzten zwei Folgen oder so, habe ich, glaube, jede Folge von den drei Fragezeichen gehört. Und sowohl als Kind als auch jetzt als Erwachsener. Drei Fragezeichen ist für mich absolutes Muss. Das muss gehört werden, sobald ich da irgendwie die Gelegenheit habe, lege ich mich hin, mach die Augen zu, um mir das alles bildlich auch vor Augen zu führen. Und das ist auch wieder so eine Sache. Wenn man ein Hörspiel hört, macht man sich natürlich seine ganz eigenen Gedanken, wie die Charaktere aussehen, wie Rocky Beach zum Beispiel aussehen müsste, wie der Schrottplatz aussehen müsste, die zum Beispiel die Zentrale aussieht. Was ich sage, haben die echt gut gemacht. Die Zentrale gefiel mir sehr gut. Und ja, also da muss man sagen, hat man wirklich sehr viel richtig gemacht. Aber bei so kleinen Details, wie zum Beispiel das mit dem Alter und mit der Musik, hat man natürlich da so ein bisschen, sag ich jetzt mal, Kritikpunkte gehabt, was vielleicht vielen vielleicht gar nicht so wichtig ist. Aber das sind jetzt so die Kritikpunkte, die ich habe. Und somit gebe ich dem Film zwischen vier und fünf Totenköpfen, weil der Film wirklich sehr gut gelungen ist. Sehr großes Lob auch an die Kids, die das geschauspielert haben. Sehr toll. Also ich glaube, dass die Kids definitiv noch eine große Karriere vor sich haben. und da wünsche ich allen Beteiligten auch viel Erfolg. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, klickt auf den Abo-Button, gebt mir ein Like und unter der Videobeschreibung sind ein paar interessante Links. Guckt da mal durch, ob da was für euch bei ist. Damit unterstützt ihr meinen Kanal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.